Okay, los geht's! Was soll das denn schon wieder? Los geht's! Wir müssen eine Mission erfüllen! Geht alles, was ihr könnt! Play and Venture! Oh, jetzt hab ich auf den Zwischenstand beschrieben. Dann kann ich gleich schreiben. Okay, jetzt heißt Jutsu mit... Ah, mehr... Ach ja! Quick-Van, Quick-Van, ein Kerz, ein Trick-Van. Einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht Santa Rick vor der Tür. Was kann ich jetzt kommen? Wir singen! Was soll denn mein Geschäft? Was ist denn das noch wert, dass das mit der... Wir singen! Ach nein! Was will Kropet denn? Kropet, tu das nicht! Es ist gemein! Jetzt hab ich mal alle Freunde, die zu Z-Online waren, also alle meine Freunde, die zu Z-Online waren, eingeladen, dasselbe eigentlich ganz wenige. Oh, das sind viele, muss ich sogar belagen. Prophet, Früchtchen und Raffa K.P. sind alle, die davon gekommen sind. Oh, und Raffa K.P. macht uns gleich alle fertig! Diese scheiß schwarzen Löcher! Ach, jetzt fäng ich gleich ein, das wär's ja mal gewesen. Brauch Granate! Brauch Granate! Ich suche meine K.D. Ich hab' die Drehsack. Oh, das haben wir jetzt. Oh, das haben wir jetzt. Nein, das war nämlich echt... Scheiße, Bauer! Ich glaube, die Lautstärke wird jetzt von mir... von mir etwas zu laut sein. Ich weiß schon, ich hab mich dran gedacht, irgendwas umzuschalten. Und hier kann ich nicht einfach Pause machen, dass ich das nicht beim Y-City gemacht habe, wie ich das bei Y-City gemacht habe. Ach, Scheiße! Toll, jetzt hab' ich zwei Free-Falls und einen Score von Null. Genau, so wie Schiff-Pot. Ähm... Ich hab' die T-Richtung. Ja, genau. Guck mal. Äh, ja... Mann, wofür sind diese Muckis da? Ja, das ist doch Scheiße! Ich mach' die so. Ich meine, ich hab' die auf die gespart. Ja, ich hab' die rausgebraucht... ...und dann... ...nachscht' die sichern... ...und da, Scheiße! ...und dann... ...und dann... ...nachscht'nachscht'nachscht'nachscht'nachscht'nachscht'. Aber so leuchtet man sich auf den Teilchen. Meistens. Ganz sicher. Ja, das passt. Oh, nö. Muss das eigentlich immer genau da sein, wenn es extrem nervt? Oho, wie jetzt? Heißt das schlechte Shop für die armen Leute? Endlich habe ich auch mal wieder ein schwarzes Loch. Was? Weißt, ich habe nur Früchtchen damit fertig gemacht? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Nee, echt nicht unglaublich. Nee, doch unglaublich. Score von 4.8. Und dann wieder einigermaßen Beweis dafür, dass, ähm, das einem, äh, Freefalls den Score, den Score verschlechtern. So ganz einfach und, äh, was ich jetzt vergessen habe, was der gar nicht so gut. Ach, was soll das denn jetzt? Uah. Ich brauche nicht. Scheiße, oder? Und diese Spiele sogar eben einigermaßen verraten sich dieses Wortes. Rafa KP, fall in deinen Tod! Äh, wenn ich dich erwischen würde, solltest du mir dein Tod fallen. So ist es vielleicht ein bisschen besser formuliert. Wieso muss ich mal alles nochmal formulieren? Das nervt. Und wieso lag dieses Spiel so? Das nervt noch mehr. Wieso? Zielt das auf mich? Das nervt weniger. Kann ich da auch mehr verstehen? Ich kann grad den Aktien nicht mehr verstehen, aber... Ah, weg hier, weg hier! Wie hat er sich selbst gesagt? Wie hat denn das denn... ... ... steh ich jetzt nicht so ganz, aber... ... naja... ... 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 Oh Mann, da will mich irgendwer russerschmeißen, auf jeden Fall, ich will ihn mal verhindern, das ist ja Prophet, äh, okay, er hat mich tatsächlich gemeint. Na gut, immerhin habe ich inzwischen 184 Punkte, Affata P, äh, nicht so nah zu passen, weil ich will, ich falle jetzt irgendein, hallo, was soll das denn jetzt? Ähm, heh, das war jetzt etwas künstler, als ich erwartet habe, ich habe das Gefühl, ich muss den ein bisschen durchstellen, so, das Thema nehmen, da mache ich doch noch. Ne, auf 15 Minuten haben wir runtertausend, da war doch gerade immer zugegangen, oder? Ach so, man hat ja schon die Karte, komm mal, ah nee, da muss, also echt, da muss ich doch, doch, das dritte Mal, ich will hier, schwarzes Loch kriegen, wenn es tatsächlich an der Kette ist, los geht's. Wir müssen eine Mission erfüllen, geht alles, was wir können. Soll ich kicken, oder was, den Zombie im Knie? Nochmal merke ich mir, den Namen merke ich mir sowieso nicht, da kann er nicht kicken. Ah, ah, ah. Nein! Tatsächlich, ich würde sagen, dem, der die da eingesetzt hat, ist dann, irgendwie hat sie jedenfalls ein bisschen was mitgebracht. Das ist schon hier, oder? Ich brüchne sich jetzt mal ein bisschen. Nicht, ob ich das scheiße wäre, was ist denn? Ach, dieser Zombie. Na, 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 Zombie! Mann, das ist ja schon wieder. Ach nee, schon wieder. Ich kann doch nicht immer nur dieses Ding haben. Äh, gut, zieh. Sehr guter... SCORE! Wer war das? Ich glaube, ähm, Früchtchen. Hm? Nein, nein, nein! Ach, Mann. Ich liebe die Wolken. Außer der Regen. Das ist das. Ja, Flügel. Ich sag nur, wir müssen nur ein... ...einsetzen, wenn mal ein schwarzes Loch eingesetzt wird. Denn damit kann man den Typen, der das schwarze Loch eingesetzt hat, diesen schönen Strich in die Rechnung ziehen. Es gibt nichts, wo wir gesetzt werden. Erst rechts, wenn man am Ende der einzige überlebte ist. Ähm. Scheiße. Ich kann nicht... Das dauert mir jetzt... Warte mal, ist das jetzt ernst gemeint? Zwei Flügel? Das ist ja nicht das erste Mal. Aber irgendwie finde ich das jetzt immer aus neu ein bisschen nervig. Auch egal, jetzt. Jetzt, ähm... Ich mach da schon mal ein Pappinger hin. Ähm... Querstich W. So. Geht. Die Pürze. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich hab mich von da reingesprochen. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich vorhabe. Ah ne! Eins aber! Was war das? Ach so. Da kann man es ein bisschen später scheißen. Dann. Schnell mal zum Fahne-Fasche. Ach ne! Jetzt hab ich die Flügel eingesetzt. Oder wollte ich eigentlich... ...wahr sein? Ich wollte mir doch für das schwarzes Loch aufbereiten. Entschuldigung, dass ich euch da was schlecht vormache, aber... ...eigentlich wollte ich sie wirklich für das schwarzes Loch aufbereiten. Und das hier knapp. Aber vielleicht haben wir Glück und es kommt ganz viel Spaß. Ich hab meinst du dich. Ich weiß, dass wir uns wahrscheinlich erwarten. Ach, das ist ja... ...Fehlfeger. Ach, das ist ja ne Gemeinheit. Hm. Ich nehme jetzt Silber. Ich glaub, ich sollte noch ein paar Löcher in die Boden hauen. Von hier oben am besten. Weil das hat nämlich immer den Vorteil, dass man hier oben an erster Stelle einigermaßen in Sicherheit ist. Ich glaube, ich brauche mal eine Verbindung nachreden. Und dann hat dieser Zombie, wenn ich mich recht erinnere, auch noch auf das Ding geklaut. 19 Punkte und 3 Freefalls. Das ist ja echt toll. Vielleicht heißt es, dass wir jetzt nur ein bisschen knapp waren. Jetzt bin ich jetzt da oben runtergesprungen. Ich wusste doch, dass ich das endlich mal wieder geschafft habe. Und dann hat dieser Zombie, wenn ich mich recht erinnere, auch noch auf das Ding geklaut. Äh, was will der ja? Ist doch... Ach so, das war's nicht. Ach so, das Ding. Ach so. Wieso lockte sich zweimal direkt hintereinander ein? Oh, er doch davor auch schon eingelockt war. Ach, nein! Ich muss mal irgendwen fertig machen. Bitte, irgendwen! Okay, Rafa KP hat schon sehr viel mehr Freefalls wie ich. Aber trotzdem. Zombie must die. Öh, wie soll ich denn das jetzt machen? Keine Ahnung. Scheiß Wookies. Also ich, du scheiß Dinger. Ach ja, ich habe ja noch den Befeger gar nicht eingesetzt. Kann ich mich hier mal kurz hochgraben? Hochgraben, ergibt sich nicht. Habt euch noch mal gefangen. Kann doch jetzt nicht da sein! Das dauert echt eh mal irgendwie. Na gut, dann mache ich aber noch ein Match. Hier, ähm... Wo ist er denn? Der Fet? Zuliebe. Okay, Bitsch. Ach man, der nervt. Wenn er so weitermacht, kicke ich den. Obwohl, das wird vielleicht der letzte Cup. Wieso, dass ich dauerne. Ich dachte, ich bin mal der Fet nicht. Aber du fliehst dich raus. Ich bin schon gespannt, wie schnell wir das erreichen werden. Los geht's. Aber da haben wir ja noch. So, mit 4a. Mach ich noch mal mit. Wenn nirgendwig platziert, beziehungsweise gib lieber Blubb. Ja, das ist nicht der Applaus Fieber. Ich weiß. Also, vergesst nicht, es ist ein gesundes Wooks zu platzieren. Und zu entfernen, denn dann bekommt ihr davon bekommen einen. Niemals vergessen. Wooks entfernen und hinzufügen und entbauen macht Fieber. Und, also ja, das würde euch euer Arzt wahrscheinlich auch noch mal sagen. Wenn ihr Fieber habt, dann sagt ihr euch sicher, nicht so viele Wooks platzieren und entfernen. Das geht doch nicht. Da bekommt ihr immer wieder Fieber. Ja. Ach, Mann. Blödes Flüchtlinge. Flüchtlinge. Was war das denn? Scheiße. Das war es. Ja, Mann. Läuft da einfach so sielenruher rum und Raffa K.P., nimmt ihm mit dem Wooksfinger einfach die Brugschweber weg. Rauchgranate! Rauchgranate! Ich nehme ihm jetzt mal die Sicht und dann den Rauch weg. Mir nervt. Raffa K.P. Raffa K.P. Wenn ich mir das mal sonst so durchgucke, dann wären da ja auch sonst nur Leute drin, die ich etwas näher kenne. Einer von den EMLL und den anderen von... ...mitroffend die Tür, wenn ich das sage. Sterb! Das hat nicht ganz geklappt. Ich sagte, steh her! So, damit man hier auch immer gut draufkommt. Ha ha! Und der ist durch mein Loch gefallen. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe auch, dass es so ist. Rauchgranate! Rauchgranate! Sag das mal wieder? Schaust du. Rauchgranate! Aber das ist okay. Jetzt ist das auch gar nicht so. Ich werde mich schon hinterlegen. Das ist der Kerl. Klamotter von den E-Jug-Klamotten. Ha ha! Ah ha! Ja, wie gesagt. Wie schon mal erwähnt. Ich hoffe, dass ihr euch das gut prüfen. So dass ihr das genau hören könnt. Oder vielleicht ist es so besser. Oder so. Das mache ich ja nie, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Ich würde irgendwas dasselbe machen. Können wir eben voraussetzen. Okay. So, die Fieberzeit war zu Ende. Ich dachte irgendwie, dass das auch schon zu Ende wäre. Ach, scheiße. Oh, hier ist jetzt bald jemand Schwarzloch. Prophet, was? Ah, nein. Nein. Scheiße, ich habe es trotzdem nicht durchgehalten. Oh, dieser... was? Zombies 4a, der war abstehend die ganze Zeit. Da sind also tatsächlich nur Leute da, die ich etwas näher kenne. Ah, da hat Raffa K.P. aber Pech gehabt. Wie gesagt, Raffa K.P., du hast Pech gehabt. Und dann guckst du dieses Video auch her. Ach, scheiße. Was mache ich denn da jetzt? Spächer. Nein, das hat Prophet auch noch so scheiß Ding aktiviert. Du Nerven, diese Aux. Ich mag den Spielmodus ja, weil ich manchmal denke, dass man dann gut den Force-Punkte bekommt. Ich möchte mich schließlich überlegen, dass ich immer noch die Bazooka zähle. Die Zeit ist ja auch nicht erhältlich. Das ist schon kurz noch so. So, Raffa K.P., Pech gehabt. Ich glaube, ich habe als Einziger überlebt. Ja doch. Ich bin als Einziger überlebt, wäre doch falsch gewesen. Ach, manchmal fragt man sich echt, was eigentlich ist, dass ich so bezüglich bin. Aua! Aua! Das ist jetzt wirklich Aua. Mal einmal habe ich 170 Punkten. Ich will aber mehr Punkte haben, denn das ist unfair. Soll ich mir an den Blöcher bauen? Das mache ich nämlich immer nicht so viel. Warum machen wir jetzt? Warum zu viele Blöcher? Das ist hier. Jetzt. Prenzen. Gibt es hier nicht irgendwo? Oh, dahin. Noch einmal ein Stückchen weiter hoch. So. Mir fällt gerade ein Balg. Die müssen sich jetzt wirklich schon etwas lange durchführen. Ich will jetzt auf jeden Fall etwas ganz Bestimmtes machen. Nämlich, äh, irgendetwas. Genauer gesagt, wenn ich... Na schon, wenn ich noch etwas Bestimmtes... Genauer gesagt, hatte ich jetzt vor, hier eine Brücke über verschiedene Wolken zu bauen. Von der aus... Mann! Immer so dünner. Von der aus ich dann, äh, ja, ganz viele Wolken verbinde. Die da wohl nicht normal sein mag. Und mit Brücken... Äh, mit Wolken... Ne, mit Brücken... Äh, mit Wolken... Äh, mit Wolken... Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich zwei... Flügel? Wenn ich schon zweifelte Flügelpaare habe? Äh, ja. Ich nur zwei einzelne Flügel. Das hätte mir jetzt nicht ganz so viel gebracht. Aber zwei Flügel ist doch immer nicht schlecht. Oh ne, jetzt reicht es aber echt. Äh, ne oder? Ich kann nicht hier weiter sein! Da oben wollte ich doch hin. So, ich mach's mir jetzt einfach. Einfach. Wo ist hier unten da oben hin? Wieso war ich da? Vor noch nicht drauf. Komm hin. Ich glaube, was ich mir einfach runtergeflüchtet hatte, so einfach zu verraten. Nein. Weg hier! Mit meinem Fieber muss ich... Ist das Krankenhaus? Ist das Krankenhaus los? Ist das Krankenhaus los? Da! Ist das Krankenhaus los? Rauch, Granate! Rauch, Granate! Wie geht es damit aus? Aber ich dachte, vielleicht... Sind solche Smokies hier weg? Also weg hier. Was würde wohl passieren? Wenn ich rein... Oder reinfliegen würde ich mit Flügel? Oder nicht? Mann! Wie ich hätte da die Flügel einsetzen können, aber ich bleibe dabei, Flügel sind einfach das... HALA! Was? Ich hab so viele Flügelforce wie die anderen beiden zusammen? Vielleicht ist es noch einer mehr? Ach egal, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, das wäre ja fast noch ein Fug vor gewesen. So, jetzt aber hoch hier! So, wir sind bereits geschafft. Äh, ja. Ist hier zu hoch inzwischen schon? Aber ich glaube, zu hoch ist immer besser als... Zu hoch ist immer besser als... Zu hoch ist immer besser als... Nee... Die Bomben sind immer... ...schwürger. Ich kann das nicht. Oh, ich war jetzt mal. Die Tegel ist weg, aber das ist schon gar nichts. Auf, Granate! Auf, Granate! Ah, das war ja knapp. Ich hab schon fast ein Eber. Ich mag das Eber eigentlich nicht so gerne, aber ja. Ich will das wiederhaben, ja. Ich will das wiederhaben. Du bist richtig, dass er seinen Tod fällt. Der Mann und Fieber haben sicher ganz besonders viel Scharf. So, ich hab die ganze Hände schon Fieber. Jetzt hast du keine Chance, Raffa Kaffee! Was? Außer, wenn ich mich selbst schaff. Leider bekommt man keine Punkte dafür, wenn man selbst runterfällt. Was? Oh, da kommt die siebte Mann. Oh, Mann siebte. Rauchgranate, Rauchgranate! Okay, der siebte Mann. Was sollte denn das jetzt? Seid das Prophet, ja. Ich hab' da drüber gebraucht. Ich hab' da drüber gebraucht. Ich hab' da drüber gebraucht. Dann wieder alles zu Ende. Na ja. Ähm, ist die Ende, schreibe ich mal und sage, bye to next play adventure. Und channel weitere, auch mit fast beendeten, Quick-Vent-Zeiten. Außerdem ein schönes Quick-Nacht-Interview, wie auch immer das nochmal heißt.